Hey meine Freunde, ich bin BoxTrash, du bist ja und du hast mein erstes Video mit einem und das ist ein bisschen, ja, schnauze, ich bin gerade den, die Tür, die Tür, die Tür, die Tür, die Tür, die Tür, das heißt mal ein Ankündigungsvideo, jetzt wollte ich gestoppt was, das ist das, das ist das, äh, warum, ja und zwar, ihr habt dann, sollte sich das voll pervers. Soll ich das sein? Okay, ich mache. Normal. Gott. 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 Gut. dances auf dieова ming � ein Video gesehen ein Video der Säge zur Artikel von Arma zwei Erbeschutzen an und auch eine Kampagne ich weiß jetzt wie das ist aber ich gucke mir etwa an und wie manches bestimmt schon gemerkt habe ich ein Video mit 16 Minuten du hast es bestätigt ja das habe ich uns verkehrt jetzt Videos länger machen und ich werde es auch bis wirklich längere Videos machen also Happy Wills würde ich machen und dann dieses Zeltner zum Secrets of War Minecraft guck ich mal ein Minecraft guck ich mal vielleicht auch von Roblox weil ich lieb das einfach nur und ich spiele es nicht so oft aber ich lieb das einfach nur alles von da ist gratis außer Minecraft die Beschreibung mit einem Link stehen immer bei jedem Video mach ich das beschreiben ein ich bin nicht schlecht beschreiben ja und so das war es eigentlich schon mit meinem ersten Ankündigungsvideo ich hoffe es hat euch gefallen lasst einen Daumen hoch und erteilt das für euch auch von die mehr erwarten und was gespannt auf und wenn wir uns beim nächsten Mal in Schnell mit von Boxstration die L-L Warte Nein Halt Stopp die Fünfte noch was die Welt wird doch bestimmt schon die Mitglieder der die Waffen er wird immer die ich bin ja es kann vorliegen dass der Karte nicht kann er mir gehört ich will mich noch mal einen Kanal machen keine Ahnung aber ich bin jetzt kein Kanal weiter ich bin nur ein damit war die Sendung nicht mal Mann an Kienz wie die Schwert in der 21.17 Uhr bestimmt so haben ein Mann für 3 bis 1.20 Uhr 540 online und dafür schon ein erstes Leben über mein erstes Ziel so dass die Kürze Wolfgang so ist es dann, tschüss und Happy Wheels